Also da habe ich das Buch von Goethe. Und da ist die erste Seite. Johann Wolfgang von Goethe mit Faust. Das intelligenteste Buch. Und ich habe die erste Seite gelesen. Und er hat geschrieben, dass er alles gestudiert hat. Medizin, Recht, Theologie. Und dass er jetzt einfach einen grösseren Wortschatz hat, aber nicht schlauer ist als vorher. Und er verarsche jetzt einfach seine Studenten irgendwie. Und darum will ich das Buch einfach wieder weiter verschenken an irgendjemanden, der Interesse hat. Und es ist also ziemlich kompliziert. Und...